Ich hab einen Spinnenreiter! Das ist Spinnenreiter! Das ist Spinnenreiter, Peter, Hilfe! Das ist ein Creeper, oh ne! Nein! Ihr seid so ein Creeper! Oh mein Gott, da unten ist doch so, da unten ist doch TNT da drin, da ist doch ne Falle hier. Ja, Spinnenreiter. Ja, aber die hab ich nicht ausgelöst, der Creeper hat die ausgelöst, als der sich explodiert hat. Ja, mit dem Enchantment Book kannst du... Ah, nice Jay! Okay, Fran, schnell looten jetzt! Das ist der Hammer! Meine Hunde fallen runter und sprengen sich in die Luft! Das ist der Hammer! Das darf nicht wahr sein! Meine verfickte Hunde! Das hat man nicht so schaden! Ist das geil! Alter! Das darf ja nicht wahr sein! Oh mein Gott, ich kann nicht mehr! Alter! Alter! Waren ja nur 10 Eisen, 10 Gold, 3 Diamanten! Brauche ja keine Sau! Du 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 du! Alter! Fuck! 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 Ich bin tot! Dammit! Da sehe ich aber nichts von! Das sehe ich echt! Okay! Und wieder am Spawn! Ich baumle keinen Spread! Ich habe keine... Alter! Warum hast du ja nicht wenigstens bei mir geschlafen? Also hier bei Peter und mir! Ich bin vollgemarscht von dem... LOL! LOL! Ey, da war ein Creeper! Ein Zombie! In Goldrüstung und noch ein... Sniper! Ohne Scheiß! Drei ab! Gommes! Nicht im Ernst! So wieder der Gommes! Und wieder der Schweinsteiger als Vorbereiter! Boah! Und wieder in die gleiche Ecke! Alter! Also das ist echt peinlich, wenn man sich von Gommes überlaufen lässt! Ohne Scheiß! Ich muss noch mal meinen Reich überblicken! Wie ich das denn jetzt eingrenzen werde! Tod! Toll, Sepp! Toll, Sepp! Geh mal raus und kill die Viecher da! Nein! Achso! Damit du da drankommst, ne? Doch! Ich würde sagen... Wo ist er wieder dahinter wieder? Oh, Hardy! Schau mal auf den Monitor! Ja, warte! Ich kann jetzt gerade... Aua! Okay! Also dahin... Alter, wir brauchen mehr Schafe, Peter! Wo sind denn eigentlich unsere Schweine? Aua! Mich hat was getroffen! Aua! Geh sterben, Hardy! Hardy, sterbe! Dieses miese Skelett, das geht mich! Ach, das sind unsere Schweine! Alter, zwei Lieben! Du merkst, wie Hardy interessiert ist? Ja, hammer... Hammermäßig! Hardy ist immer um mein Wohl bekümmert! Ja, was machst du denn da auch immer? Ich bin dann nachts irgendwo rumgewegen! Äh, Sepp quasi, du bist ja selber schuld! Wenn einer meinten echt von uns sterben sollte, dass Hardy der nicht mitgekriegt hat! Ah, ich bin tot! Das seh ich aber da unten noch nicht! Das ist schon so oft gesagt! Ah, jetzt ist er tot! Endlich, ey! Alter, wo kam denn das zweite Skelett jetzt her? Habt ihr denn keine Rüstung an? Doch! Aber das macht ja mega viel Damage! Die, Bitch! Ich die! Oh mein Gott! Wieso stirbst du eigentlich die ganze Zeit an den Viechern? Zwei Skelette vor mir ab! Und Zombie! Aber du bist nicht gestorben! Doch! Jetzt! Oh mein Gott! Ja, ich war grad Zäuner am Bauen! Oh mein Gott! So! Wo gebe ich eigentlich nochmal die Tintenfische? Ja! 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 Du bist der Erste! Das ist so eine Scheiße hier ohne Mist! Oh! 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 Oh mein Gott! Das war's! Ach! Du bist im Nenner gewesen! Fuck! Das spürt euch! Da wo du sie verloren hast, ne? Ja! In einer Mini-Mini-Mini-Wini-Würstchen-Fest! Das wollte ich gerade auch sagen! In einer Mini-Wini-Würstchen-Fest! Oh mein Gott! Klar! Da sind sie ja! Juhu! Geil! Gut, dass ich direkt am Lava-Dings verweckt bin! Juhu! Ja, verweckt! LOL! Hahaha! Direkt! Drei Mitherskelette hinter mir gespotzelt! Alter, die wollen mich doch verarschen, oder? Oh ne Scheiß! Dann kommen wir nur einmal... Ne, ich hab die gerade alle ge... Ich hab alles aufgesammelt ganz fix! Ja toll! Dann kamen die drei oder vier Skelette! Ja, sehr genau! Dann habe ich direkt... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Du kannst ja nicht so schnell wieder da sein! Ja, aber... Ich versuche gerade zu... Ah! Zu spawnen? Ja, das ist echt... Die Zuschauer wissen, was ich meine! Loll! Will ich da irgendwo fahren? Ah! Ich bin tot! Alles klar! Leck mich doch, Fett am Arsch! Ich will nicht mehr! Okay, ich hab kein Problem auf die Scheiße hier! Leck mich! Ich glaub, Johnny macht dir deinen Platz wieder streitig! Ne, ich merk das schon! Ja, Leute! Aktueller Stand! Haut mal rein in die Kommentare! Und die Tutor? Peter! Was soll das? Was soll das? Was soll das? Ich hab doch gar nichts gemacht! Ich hab doch gar nichts gemacht! Jawohl, genau in die Mitte sein! Ja, das stimmt! Ja, doch! Du hast mein Wasser hier weggemacht, Peter! Guck mal, der Wasserfall ist doch richtig! Ja, weil du das gerade wieder hingemacht hast! Wenn du mal in der Nähe von der Bohle mal irgendwie so ein Feuerzeug mal klicken lässt! Ja, ich glaub ich mach das aber! Ey, da hab ich aber auch dich beeinflusst! Eigentlich sind ja diese Unsichtbarkeitstränke ja ziemlich ausgenutzt mittlerweile! LOL! 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 Well, Magic! What the fuck! Nice! Ich hab euch doch nur besucht! Wir sind gerade fertig mit unserer Verteidigungsanlage! Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Was soll das denn bedeuten? Ohne Scheiß! Was ist denn Magic? Wir haben eine Falle bei uns an der Tür gebucht, waren die gerade am testen eigentlich nur! Und dann guckst du hier rein, läuft einfach nur! Und dann wuchsen wir im instant! Ohne Scheiß! Unglaublich! Ja, aber was ist denn Killed by Magic? Durch nen Trank oder was? Ja, durch Insta-Damage-Tränke! Achso! Wie viele brauchst du denn dafür? Zwei! Einen links und einen rechts! Und wir wollten eigentlich nicht, dass da jemand reinkommt, der unsichtbar ist! Das ist anders! Du brauchst zwei Insta-Damage-Tränke, um jemanden zu töten! Ja, ohne Rüstung! Was? Ja, aber Jay hatte jetzt komischerweise ne Rüstung an! Ja, du kommst ja ohne Rüstung an! Ich hatte ja auch alles! Ich war gar nicht unsichtbar! Ich wollte nur gucken, was ihr macht noch! Wir haben doch immer gerade richtig angegriffen! Wir haben mich nicht ge... Also du bist zu schnell gewesen, kommst da durch! Pumptot! Aber Jay hat auch drei abgekriegt! Außer der hat einen einkassiert! Aber ansonsten hat er drei einkassiert, weil der nochmal da durchgelaufen ist! Ohne Scheiß! Und wer hat mir jetzt die 20 Level zurück? Da können wir grad nix für, es tut uns leid! Mhm! So! Aaaaaaah! Alter, Sepp, du Scheiß-Mongo! Alter Vater! 30! Für'n Arsch! Da kacken da 5 Spinnen aus so'n Loch raus! Jetzt bist du doch selber schuld! Da wird doch kein Holzschwert rein, ey! Nein, nein, nein! Achso, ja! Nein, nein, nein! Pickaxe, pickaxe! Wie pickaxe? Ist ja auch noch genauso klug! Ich hatte ja... Ich hatte ja ein Eisenschwert! Nein, nein! Das macht's besser! Das macht's auf jeden Fall besser! Aber wenn dich 5 Spinnen direkt gleichzeitig einspringen, dann bist du direkt tot! Nein, das glaub ich nicht! Das ist der für ne Rüstung! Keine! Diamant! Und das ist eine komplette Diamant-Rüstung? Ja, ja! Ne, nicht komplett halb! Hammerhaut! 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 Ich bin voll lustig! Jay, du weißt, was passiert, wenn ich sterbe, ne? Oh! Boah! Boah! Okay, das war zu viel! Das tut mir leid! Sorry! Okay! Loy! Ähm! Wie viel Level hattest du, äh, Seb? Nur 25! Hahaha! Dann kriegst du ne Entschädigung von mir! Mhm! Du kriegst echt ne Entschädigung von mir! Äh, kriegst ne Rüstung von mir! Ist okay! Ist, ist das wirklich okay oder ist das nicht okay? Ich hab mir schon meinen, meinen Sold geholt! Ähm! Ähm! Nice, Seb! Hattest du nicht die Diamanten von Joni dabei? Das ist natürlich doof! Hahaha! Ohohohoho! Lol! Da ist irgendwie bei uns wieder ein Shisha drin! Ey, Moment! Was auch am Boden liegt! Ich weiß aber noch nicht mal wo, das war irgendwo in der Nähe vom Nandapportal! Sind die Zombies jetzt sauer auf uns? Untertitelung des ZDF, 2020